Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir für euch! Und zwar habe ich heute ein Tauschpaket! Mist! Sofort da! Ich bin gleich fertig! Besser! Die Anne Wünsche und ich, wir haben vor Weihnachten uns überlegt... Ich halte mal die Adresse zu, ne? Nicht, dass ihr da bei ihr vorbeifahrt! Wir haben uns vor Weihnachten überlegt, ein Tauschpaket zu machen. Das heißt, ich schicke ihr etwas und sie mir. Als kleine Überraschung zu Weihnachten hatten wir das eigentlich geplant. Aber leider hat sich das alles total verzogen. Ich war dann in Österreich, das wisst ihr ja vielleicht. Wir haben da gedreht, das heißt, von dort aus konnte ich weder ein Video drehen, noch irgendwas verschicken. Dann hat's die Anne vergessen, dann hab's wieder ich vergessen, dann hat's die Anne vergessen, dann hab's wieder ich vergessen. Am Ende hat's jetzt ja doch geklappt. Aus dem Tauschpaket Thema Weihnachtsgeschenke wurde dann irgendwann Thema Silvestergeschenk. Und aus Silvestergeschenk wurde dann ein allgemeines Tauschpaket. Da wir ziemlich gleich sind, kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass wir beide einfach nur rosa Dinge eingepackt haben. Ich vermute es, ihr seht, es ist noch ganz zu. Und ich könnte ausrasten, weil es einfach schon so lange da liegt. Ich weiß, und vielleicht kennt ihr das, wenn da ein Paket kommt, man muss es eigentlich sofort aufmachen. Aber ich hab so kämpfen müssen, dass ich es nicht aufmache. Ich bin so unglaublich gespannt. Ich verlinke euch den Kanal, den YouTube-Kanal von der Anne Wünsche, Gras Reh, in der Infobox. Sie macht auch ganz tolle Videos. Außerdem könnt ihr dann auch gucken, was ich ihr geschenkt habe. Jetzt geht's endlich los, ich kann's aufmachen. Ja! Süß! Das ist voll das schöne Geschenkpapier. Ich hab ein Weihnachtsgeschenkpapier genommen. Wir machen das erste Mal auf. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Wisst ihr, was lustig ist? Ich hab ihr auch eine Handyhülle reingemacht, in rosa. Deswegen mach ich so gerne mit der Anne Tauschpakete, weil sie schenkt mir genau das, was ich will. Guckt euch mal diese Hülle an. Ist die nicht ultra süß? Mickey Mouse Ohr. Total goldig. Vielen Dank, Anne. Dankeschön. Ich liebe ja auspacken. Ich liebe Überraschungen. Wenn sie gut sind. Nächstes Geschenk. Ich freu mich jetzt schon, obwohl ich gar nicht weiß, was es ist. Das ist doch nicht normal. Das ist ja süß. Ein Mini-Macbook. Ein Macbook. Aber das ist ein Spiegel. Uuuuup. Ach, das sind doch diese Ketten, die im Moment so innen sind. Ein Schwarz-Wolsch ist die ganze Zeit. Ich hab mir eins in Schwarz gekauft. Ein E-Way bestellt. Und es war einfach viel zu groß. Nächstes. Oh, da ist ein ganz Großes dabei. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich hol ihr Sachen wie zum Beispiel das Lieblingsbuch von mir. Ich bleib so scheiße wie ich bin, heißt es. Sie kauft mir irgendwie ganz komplizierte Dinge, die man nicht erkennt. Warte, jetzt. Ah, ich lief es. Gleich kommen die Nachbarn. Sowas hab ich ja noch nie gesehen. Hä? Anne? Ist bei dir alles in Ordnung? Bin verwirrt. Ist ja mal abgefahren, Leute, oder? Also das sind Lautsprecher in Form von Schuhen. Das hab ich noch nie gesehen. Ich find's mega cool. Die werde ich nicht verlosen, die behalte ich. Süß. So. Hat auch schon seinen neuen Platz gefunden. Mit der Anne Tauschpakete zu machen, ist so lustig. Lern Dinge kennen, die hab ich noch nie vorher gesehen. Okay, jetzt ist es, also das ist wirklich merkwürdig. Anne, wo findest du diese Sachen? In diesem Lippenstift ist eine Blume. Ich hoffe, es ist ein Lippenstift. Nicht, dass es ein Klostein ist. Es glänzt schön. Das letzte Geschenk. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Da kann man die Tassen drunter stellen. Äh, draufstellen. Drunterstellen. Donut. Und nicht nur einen. Auch einen blauen Donut. Rosa natürlich. Einen weißen Donut. Die kann ich mit ins Diner nehmen. Cool. So, das war mein Tauschpaket. Beziehungsweise das war das von der Anne Wünsche. Und, ähm, vielen, vielen Dank, Anne, wenn du das hier siehst. Dankeschön. Du hast wirklich richtig tolle und abgefahrene Ideen. Und ich mag sowas. Immer wieder gerne, wenn du Lust hast, machen wir demnächst wieder ein Tauschpaket. Vielleicht schaffen wir es dann für nächstes Weihnachten. Wenn wir jetzt damit anfangen zu planen, dann schaffen wir es bis Weihnachten. Ich verlose diesen MacBook-Spiegel, diese Cocker-Halsbänder. Und weil es zu wenig ist, trenne ich mich von meiner Handyhülle. Die verlose ich euch natürlich auch. Was ihr dafür tun müsst, dem Video einen Daumen nach oben schenken. Ich werde das Video in Facebook auf meiner Seite Jenny Frankhauser teilen. Und diesen Beitrag kommentiert ihr mit dem Produkt, was ihr haben möchtet. Liked den Beitrag und teilt ihn. Ich drücke euch die Daumen. Bis zum nächsten Video. Eure Jenny. Das ist meine Mama. Muss da mal eben ran. Ja? Ja, und was machst du? Ich drehe gerade... Ja? Ich habe Leverknägel gemacht mit Sauerkraut und Kartoffelbrei. Bin in einer Minute da. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.